ja hallo herzlich willkommen wieder auf meinem kanal diesmal NBA 2K20 mein Cousin Emre der hat mich jetzt mal herausgefordert und wollte mal gegen mich zocken und ja jetzt bin ich mal gespannt was er drauf hat. Emre komm nimm deine Mannschaft. Also meine liebungsmannschaft ist zwar die Golden State aber ich glaube nicht dass ich gegen dich die Golden State brauche und was natürlich andere leute gibt die auch mit mir oder gegen mich zocken wollen ruhig anfrage stellen schreiben kontaktieren egal was ich reiß keinem den kopf ab. Wer nimmst du Los Angeles? Ok. Ich weiß nicht. Ich was du nimmst. Ich überlege. Ich bin gerade auch immer überlegen. Ich wirklich schwer. Ich wirklich sehr sehr schwer. Nimm doch einfach dein Lieblingsteam und nicht nimm mein Lieblingsteam. Ja ne das ist ja ich weiß nicht. Warum Digga? Ja aber Curry du wirfst immer wieder von hinten und die sind meistens drin und das ist viel zu langweilig. Mit Dien durchwerfen. Oder mit Clay Thompson ey. Ja ich wollte doch die 2. Ich wollte gar nicht Golden State nehmen. Ich wollte gar nicht Golden State nehmen. Ja man weiß was ich nehme jetzt einfach die Portland. Die gefallen mir auch. Ja man. Ja man. Ja man. Anthony. Wideside. Damien Lillard. Ja pam. Perfekt. Bist du fertig? Du hast du used a rocket? Yes sir. Dann auch bereit drücken. Ja hab ich. Dann würde ich mal sehen wie du mein Hals. Wie du mein Hals umbricht. Ach. 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 Ah. 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 Ach. 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 Und natürlich nicht vergessen. Falls eu. Ääh. Ääh. Ach. Okay. Natürlich nicht vergessen, falls mein Kanal euch natürlich gefällt, meine Videos natürlich genauso. Bitte Like da lassen, abonnieren. Und wenn ihr wollt, natürlich auch die Glocke einschalten, sodass ihr auch gleich benachrichtigt werdet, wenn ich mal was reinhau. Wird auf jeden Fall spaßig. So, Ebre. Der Tipp auf Komplett ohne... Ich hab schon lange nicht mehr gespielt. Alles klar, zum Spiel kommen. Ich spiel grad sowas und bescheid, ich glaub's nicht. Unnötigste Ruf, EOS. Oh, harter Block gewesen. Oh, der war Hardcore, Bruder, das ist... Nein, der war Roku. Aber zwar für Komplett, was mit ihm passiert, der hat kurz Ball verloren. Ach, komm, ey, ich glaub's nicht, dass ich so billig grad bin, ey, das kannst du nicht sein. Komm her, wie scheiß Tackler. Egal. Ja, Mann. Und bei mir kann noch keiner drei helfen, gefühlt. So sieht's aus, man. Lila, das ist geil, Mann. Lila, das gefällt mir auch sehr. Was kannst du mit dem deine Dreier werfen? Jugo, wenn... Ja, ja, genau. Wenn jetzt einer mitbekommt, Jugo, du kriegst Schellen hin und her, Kollege. Das darfst du... Das darfst du nettingen. Jedem sagen. Der hat das mega verschlechtert. Ach, genau, als ob du mich da steal tust. Ja, genau, ey, der ist ja auf 97, was die da auch machen können, ey. So eine Missgeburt, diese... Was? Wie kann der's zielen? Ja, genau, ey. Wurfen, Mann. Ich hab mich für Tippmann. Ey, wenn du mal ne dumme Frage, hängt das bei dir auch? Bisschen. So, so Verzögerung, wenn du werfen willst, das ist verzögert? Ich frag mich werfen jetzt nicht, danach komm ich nicht. Nein, jetzt nicht. Echt? Warum verzögert's bei mir? Das kann jetzt sein. Ja, ausrede, immer so. Der war so scheiße. Und der ist dritten, ich glaub's nicht. Oh mein, warte. Von wem denn wohl? Wer ist es hier? Wer ist es? Mit dem wenn ich hier gerade rum? Ah, Anthony. Ja, Anthony Davis. Jawohl, Anthony, ey. Der krieg Stehli hier noch rein. Ach! Ohne den hier. Ich hab halt keine gute Idee. Ach so eine Schweibe gerade. Wow, schöner Block gewesen, ey. Schöner Block, ey. Das war aber auch nur Glück. Nix hier. Ich hab so gehofft, dass er einen Dank macht. Ja. Aber natürlich, bei Füßen kann dir auch keiner danken. Ach so was? Nein, das sind keine 3 Sekunde oder was. Hallo, ich glaub's nicht. Wieso spiel ich grad so scheiße? Ich spiel echt so scheiße grad. Das passt mich so an. Ey, ich hab keinen Teilmode genommen. Ich hab keinen Teilmode genommen. Einfach so. Ja, das wenn du Automatik stellst, dann macht der automatischen Teilmode noch. Aber das... Das Fakt ist einfach so Teilmode. Ja, überspringen, überspringen. Ah, so warst du geil, den kann ich gar nicht schleiden. Was? Der kann... Keine Ahnung. Kannst du die nerfen? Ja. Außen... Wer ist das? Wer ist das? Wer ist das? Und dann sagst du zu mir, du magst die Rockets? Wer ist das? Der ist auch geil. Komm her, Taka, ey. Kannst du schrabe ziehen? Ja, genau. Ich wollte gerade werfen, der folgt mich. Ja. Bleib er. Keine Falle. Ja, da kriegst du den rein, ey. Komm, was ist das? Jawoll. So sieht's aus. Ach, ich hab's so groß, krieg kein mehr, kann jeder Blamage. Ach, der war behindert, Mann. Warum? Ja, genau. Wenn der drin ist. Ja. Ich hab' viele vergeben. Ich hab' viele vergeben. Scheiß, ich glaub's nicht, Mann. Ich bin nicht so... Fuck. Ich hab' den hier rein. Ich hab' den hier rein. Na, Callum, ey. Mit dem kann man nicht Spaß machen, Mann. Der tippert's drauf. Puh. Ja, was war denn so cool? Ich hab' den hier rein. Ich hab' den hier rein. Na, Callum, ey. Mit dem kann man nicht Spaß machen, Mann. Der tippert's drauf. Puh. Ja, was war denn so cool? Jetzt kommen wir grad mal rein. Ja, genau. Sogar im Ring noch. Oh, der hat nur im Ring gerichtet. Ja, wo alle eingewechselt wurden und den sollte werfen. Das wäre nur mit Eric gerichtet. Aber der trifft doch. Nicht so oft. Oh! Oh, ah! Aha! Das ist immer noch Geduld. Vom Tonex. Das ist immer wieder wieder. Lass uns aufbauen. Oh! Oh! Und das ist immer noch gut. Komm her, ey. Nein. Edward, was? Wo, Foul? Ey, Schiri. Das Grün, wir sehen nach, Mann. Geht immer ein schlusses Auto. Hey fuck, du spielst daheim. Ich kann nicht vibrieren. Du hast fast... Nein, 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 ich lass es. Ja, bei dir... Mann, der muss doch rein! Der kann's doch! Hast du gerade ernsthaft mit dir versucht zu werfen? Ja, ey komm! Unterm Korb! Also nahe Korbmann! Deine Herzen! Ach! Junge, Junge, Junge. So was kannst du doch nicht mal ins Internet stellen. Guck dir doch mal, wie hässlich das Spiel ist. Du fährst doch an und kümling dich auch nicht. Oh! Oh! Ja, genau! Ah, der kriegt kein Lehr von was sie ist. Jetzt kommt die Maschine hier. Zack, drin! Nein, Mann! Nein, nein, nein! Da muss ich dich nicht folgen. Du musst halt folgen, ja. Ich muss dir nicht folgen, ja. Ich muss dir nicht folgen, ja. Ich muss dir nicht folgen, ja. Und... Arben drin, ey. Und das will Arben machen. Der wird gewimst hier, ey. So, gehofft, dass da rein geht, ey. Das geht nicht rein. Komm mal, Lillard, Lillard, Lillard. Was wirst du wirklich nicht werfen, weil... Ey, warum? Ich hab echt so ne leichte Verzögerung. Das kotzt mich grad voll an. Das kotzt mich grad voll an. Das kotzt mich grad voll an. Er ist offen, jetzt wirst ich... Manchmal in drei, Mann. Mann, wuh faul, wuh faul, wuh. Und der geht rein, ey. Oh, der war echt schick. ich weiß nicht ich habe einfach nur eine scheiße würde verzögerung die habe ich eigentlich nie schöner blog kollege jetzt jetzt ja auch voll gut gezeigt das kann man dankt oder mit der reingeht ja ein bisschen was ich hab nicht was so sieht es nicht anders das ist was das ist keine Oh yes, gegeben würde ich sagen, oder? Ja, alles klar. Was für Free-Trows, ey. Ist die Glück, ey. Nein, was mache ich hier? Ja, okay. Voll auf Fresse, auf den Rücken, du Idiot. Jetzt sind die großen Geschissen. Ja, genau. Ja, genau. Ja, genau. Was war das jetzt? Egal, so haben die Leute wenigstens was zu lachen, ey. Ja, man war verlustig. Hast du vor, ich habe keinen Knopf gekriegt, ich schwöre dir. Ja, Mann, Digga. Ja, das muss mal was lernen. Ja, die Kanon ist auch so lieb. Hast du da beziehungsweise? Wieso nicht? Ja, ich habe ihn verkackt, ey. Ich werde nie wieder mit dem Locked spielen. Der ist so schnell... Alter, komm doch, Mann! Der Dreck, weil... Meine Kategorie kriegen einen Trait anfordern, als er kann man brauchen. Oh, ey, der Junge... Dritter Versuch geht erst dreimal, das ist ja echt beschämenswert. Ja, und beide geht dann keiner überunter. Natürlich. Warum greift der an? Wieso greift der an? Manchmal gibt es so dumme Aktionen, ey. Komm jetzt, 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 jetzt! Bam! Oh, ja! Und das war eins von ein paar anderen noch. Ja, ja, genau, ja, genau. So ein paar kleine, billige... Ja, okay. Der müsste eine 60 sein, Alter. Aber, das heißt nicht, dass 97 ist, dass er auch auf... Auf einmal antippen, gleich den bekommt. Ey, hau ich noch's morgen, Mann! Pack ihn dir, pack den Taka an! Ich hab' nicht nur den Kopf gedrückt, ne? Immer wenn ich... Whitesight wäre, hätte ich... Takas Kopf zerquetscht. Ne, der hat ja nicht mal... Wie heißt der noch mal? Äh, nicht Whitesight, wie heißt der noch mal? Der gefault wurde, Mann, von mir. Ach! Äh... Nurkic. Nurkic? Nurkic? Nurkic, irgendwie sowas. Ja, ja, der Center. Der wurde ja grad nicht bei mir gefault. Ja. Wow! Der hier. So sieht sie aus. Natürlich trifft er! Ja, klar trifft er! Der ist ja auch... Der ist ja auch Stierelage. Komm jetzt, komm! Ja, genau! Er war open, Mann! Er war open! Er war open! Sehr schön, Emrabi! Und der gibt's dir richtig dreckig! Oh, schade! Der war nicht dreckig! Eventuell wäre es ein Rematch! Was? Ja! Was? 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 Bei dir nicht? Ja, da gebe ich dir recht. Was? Was? Was ist das, Mann? Eventuell war es ein Rematch, weil ich eh für den werde. Ja, wenn ich schon so ausgehst, dann haste schon verloren. Was ist denn das? Was macht du? Ja, komm, schade. Jetzt geht aus! Rennet aus! Rennet aus! Was? 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 Scheiße, ey! Jetzt, ey! Komm, Mann! Da muss noch mehr rauskommen! Jetzt gibt's kleinen Ellie von mir! Der kann eigentlich werfen, aber... Zufälligerweise bei mir nicht. Emlet, du versuchst aber auch so zu werfen, dass Leute vor dir sind. Ah, scheiße, ich war noch frei. Jetzt der Dreier. Was ist der Dreier? Was ist der Dreier? Was ist der Dreier? Oh! Was ist der Dreier? Block den Penner, ey! Ach, genau, ey! Komm, Mann, Elad! So sieht's hier aus, Mann! Ja, der typisch auch ist Cheat! Oh! War so ein schöner Verzweiflungswurf! Der Arme Harden, ey! Wenn du das jetzt mitbetre... Wenn du das jetzt sehen würdest... Wenn du das jetzt sehen würdest, wie du mit dem spielst... ...der würde den Kopfgeldjäger auf dich setzen. oder heute da fängt harden an zu holen das tut mir schon weh hier mein point guard, white side so siehts hier aus ja komm man nein nein nicht frei, nicht frei stehen man ich wollte dass du keinen punkt machst der kann doch solche würfe machen wow, was ist denn faul pack ihn dir, pack scheinkopf und hau ihn gegen jungen drückte als ob du voll viel unterdienst hast du das so gemacht hast du deine leute so haben getauscht was, mello ey ja, 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 der tipp kannst du dem kannst du nicht übeln daher und dann eventuell dieser rematch ville besser auszunehmen und drei leute was jetzt kriegst warum macht er nichts was der sprungbein an und dann haben wir ja auch noch so blöd rum ja genau nein ja das war gut war schön und so viel dreier wir wollen wir haben wir wollen die so sieht es aus nur in der Mitte, das sollte auch reingenommen ach komm man, warum guckt der nicht hin dann hat sich der volle Abstaubung oh, oh, schade aber schade du schaffst gar nichts du schaffst hier gar nichts nicht wenn Lillard hier ist der klotz jetzt ja, du sagst es wieder gleich rumholt ich habe noch einen Timor dann wird der Bart gestützt ach komm ey, nein komm ey, das ist jetzt eine Schuss oh, jawohl, sehr schön jetzt mache die mit alleine ich mache die von alleine ja, aber die Biene ist ohne Vorschaffung für acht Punkte das heißt, bye-bye du musst jetzt mal schnell reagieren geh nicht auf Zeitung dann mach mich doch nicht den dummen Tacker nicht den dummen Tacker ey ich weiß, ich bin irgendwie kein Freund von Tacker ja, genau fault der Lillard fault die Lille nicht den 3er treffen aber ich habe keinen guten 3er treffer das ist kein guter 3er das ist kein guter 3er Harden und der Tacker Emre die ganze Mannschaft ist 3er Team du musst schon erzählen du hast bei bei Team Rockets kein 3er der einzigste der wirklich nicht gut 3er werfen kann ist eigentlich nur der Westbrook und dein Chantler der Chantler warum machen die noch am Ende rein der Chantler Konkurrenz für H Bartlinge alle komm jetzt zeig mal in der Lille was du noch kannst oh wo ich mit einem Kollegen gespielt habe ich habe einen Buzzerbieter gehittert vielleicht ich glaube sie auch tut mir leid aber mir klappt nichts mehr weißt du warum ach schade ich hör mir auf hör mir auf ey ich hab grad wenn ich mich jetzt nicht irre hab ich nicht einmal beim werfen das grüne erreicht oder komm 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 ja genau ey das ist das ist das ist so ein Ding geht nicht ja man halt ich wieder der Tacker ey schon wieder dieser Tacker wo der hat sich echt in dein Team reingetackert hä aber die ist kein einzigen Dreieger hingefahren nein 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 tatsächlich oh 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 ja man du wirst mich jetzt faule aber pass auf du wirst mich jetzt so oder so doch eine Sekunde du hast keine Chance mehr man weil du musst mich jetzt vor und ich muss die zwei freiwillige nehmen aber du hast auch kein kein time out du hast verloren ich habe schon gewonnen hier die antwort drauf du hast sowieso schon verloren gehabt ja 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 du hast noch bessere Team als du ja komm man ich hab ein besseres Team als du ja 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 darüber kann man diskutieren ja wie auch immer Jungs Mädels vielen Dank fürs Zuschauen ich hoffe es hat euch gefallen unser Smalltalk ich glaube nicht dass unsere Spielweise euch gefallen hat und ja wenn es euch gefallen hat bitte liked lasst ein Abo da und aktiviert natürlich auch die Glocke um auch die weiteren Videos was ich hochlade auch gleich mit zu bekommen vielen Dank fürs Zuschauen auf Wiedersehen